Urdhva-Dhanurasana in Shirshasana ist der nach oben zeigende Bogen im Kopfstand oder wir nennen es bei Yoga-Vidya gerne Variation von Chakrasana. Von der Rückenlage ausgehend Fußsohlen und Handflächen am Boden, hebe das Becken hoch, hebe den Kopf hoch und lasse den Scheitel am Boden. Viele Menschen nehmen diese Stellung gern, um ein paar Mal durchzuatmen, bevor sie in volles Chakrasana bzw. Urdhva-Dhanurasana gehen und manchen gelingt es leichter, so eine Weile zu halten als mit ausgestreckten Armen.